Die Pläne sind von der bösen Trinität entworfen worden, wo alles, was wahr ist, verbannt werden wird. Dienstag 15. Oktober 2013, 15 Uhr und 45 Minuten Meine innig geliebte Tochter, es ist mein Wunsch, dass alle meine Priester in jeder christlichen Konfession beginnen, die höchsteiligen Sakramente zu wahlen. Jene in der katholischen Kirche werden die Ersten sein, die die Zerstörung und Schändung der Sakramente miterleben werden. Diejenigen, die mir, Jesus Christus, treu sind, werden eifrig Vorbereitungen treffen für diese schreckliche Wüste, in die meine Kirche gestürzt werden wird. Ihr müsst vorsorgen, denn es wird durch eure Treue sein, dass alle Kinder Gottes in der Lage sein werden, die Sakramente in ihrem heiligen Zustand empfangen zu können. Allen anderen christlichen Kirchen sage ich, denkt an mein Versprechen, dass ich am großen und glorreichen Tag meines zweiten Kommens wiederkommen werde. Wisst auch, dass in den Jahren bis dahin all diejenigen, die mir folgen werden, schrecklichen Prüfungen ausgesetzt sein werden. Diejenigen, die in all euren Konfessionen neue Machtpositionen einnehmen werden, werden vom falschen Propheten geführt werden, und alle werden seine Worte auf den Lippen haben und werden seine Handlungen kopieren. Wie gerissen Satan doch ist! Denn er wird euch niemals schockieren, stattdessen wird er euch durch diejenigen, die ihm dienen, zu einer neuen Interpretation meines höchsteiligen Wortes ziehen, die verdreht und verkehrt herum ist. Die Pläne sind von der bösen Trinität entworfen worden, wo alles, was wahr ist, verbannt werden wird. Alles, was auf die säkulare Welt anziehend wirkt, wenn menschliche Gier und der Wunsch nach einem Ignorieren der Sünde herrschen, wird den Gläubigen durch alle christlichen Kirchen präsentiert werden. Dieser Tag ist in Stein gemeißelt worden und wird die letzte Beleidigung sein, die Gott zulässt, bevor er mich, seinen eingeborenen Sohn, sendet, um all jene zu sammeln, die dem Wort Gottes treu bleiben. Wenn euch die Lügen präsentiert werden, werden sie den Anschein erwecken, als ob sie etwas Gutes seien. Das Aushängeschild der Demut wird in all euren Kirchengang und Gäbe sein, da es von jenen in diesen Kirchen, die euch täuschen werden, aufgenommen werden wird. Jede Eigenschaft, die mit mir in Verbindung gebracht wird, meine Liebe für die Armen, meine Liebe für die Schwachen und Geringen, meine Missbilligung von dir, Absucht und Lust, wird als Teil der Argumente verwendet werden, die benutzt werden, um euch zu zwingen, diese neue Lehre anzunehmen, diese neue Eine-Welt-Religion, um die Welt auf die Herrschaft des Antichristen vorzubereiten. Als liebender Gott gebe ich euch diese Warnungen, um euch zu retten. Hört jetzt auf mich! Alles, um was ich bitte, ist eines, bleibt meinem heiligen Wort treu. Mein heiliges Wort ist euch in der heiligen Bibel gegeben worden. Es kann sich niemals ändern. Aber die Feinde Gottes werden seine Bedeutungen verdrehen. Wenn dies geschieht, dann weist diejenigen zurück, die euch sagen, dass Gott solche Änderungen gutheißen würde. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. Euer Jesus